Ja, grüße euch meine lieben Freunde. Ja, am Samstag, kommenden Samstag wird es wieder sehr, sehr spannend werden. Der Nenad und ich machen wieder eine bekannte Videoanalyse, iPad Code 3. Wir erinnern uns, vor über einem Jahr, über 13.000 Aufrufe haben wir da gehabt. Und zwar haben wir da die versteckten Botschaften gedeutet, weil wir haben etwas entdeckt, was so unglaublich ist. Jetzt, was sehen wir hier in der Spritze? Genau, hier müsst ihr schauen. Also, die ganze Videoanimation ist vollgespickt von Endzeitbotschaften, ähnlich wie bei einem Simpsons. Was bedeutet, was da die so muss, werden untergehen. Schmeiß doch nicht das Geld aus der Grenze. Dann kröpft eben symbolisch allmächtig diesen Stier. Nur das System der Freimauerei ist verletzt. Wo praktisch immer schon die Zukunft vorausgesagt wird. Und wir sind jetzt mittendrin, es hat sich vieles erfüllt. Und wir brauchen jetzt nur schauen, was gerade draußen aktuell los ist. In der Wirtschaft, alles wird teurer, Geldentwertung. Das heißt also, wir werden in Zukunft das alles, wo man sagt, das ganze Geldsystem, alles wird komplett neu gemacht werden. Ja, und möglicherweise ein baldiger Bankencrash oder ein Wirtschaftszusammenbruch. Und es wurde alles vorher prophezeit. Es hat sich wirklich schon so vieles daraus erfüllt. Und jetzt ist sozusagen dieser letzte Schritt, die Vereinigung aller Weltreligionen. Also Christentum, Judentum und Islam. Und ja, wir wollen da auf jeden Fall die neuesten Zeichen deuten. Und in dieser spannenden Live-Analyse, wie gesagt, am Samstag, 16 bis 18 Uhr. Schaut unbedingt vorbei. Ich blende euch alles Weitere jetzt im Abspann ein. Unbedingt vorbeischauen. Und es würde uns freuen, wenn wir euch auch wieder persönlich treffen. Also dann, bis Samstag, euer Michi. Tschüss und pfiat dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017